Was ist das? Oha! Junge, das Haus sieht so hepp... Digga, ist das dein Ernst? Hm? Was hast du mit dem Keller gestellt, ey? Nix? Wieso? Was ist da? Junge! Das Rohkupen im Keller! Findest du das jetzt schon wieder schön, oder was? Die kann man doch gar nicht recht machen, oder? Wie er hier extra noch die beiden Gegenstandsrahmen unten mit dem Schwert platziert. Ey, die sind schön! Fick dich! Das ist mein ganzer Stolz! Okay... Au! Au! Äh... Hilfe! Ich bin jetzt wieder! Wird's nachts... Oh! Ich will unbedingt sehen, wie das Haus jetzt bei dunkeln aussieht! Oha! Oha! Ich halbe dich selbst, ne? Von außen sieht das auch... Ich will jetzt wieder das Haus von unten aus... Sind die Lampen schon an? Wie hast du die Lampen eigentlich gebaut? Die bleiben immer an! Wie kannst du sowas bauen? Wieso lau, oder? Ey, das sieht so gemütlich aus! Ey, der Blick auf die Eislandschaft hier ist echt geil, gell? Oder was meinst du? Hier will ich auch ein Eck einziehen. Auch mit mir. Da lege ich mich da direkt mal aufs Bett. Das ist verarscht. Flügernd, tut er schlafen. Junge. Was denn? Was machst du da? Ich war auf dir. Ich hab dir meine Eier ins Gesicht geklappt. Du hast das nicht gemerkt. Ich fand das richtig gut, ey. Ich weiß das. Okay. Okay. Au. Au. Oh. Oh. Ich bin tot, ich habe noch ein Herz. Ich bin gerade eben noch von Bogenschützen abgeschossen. Ich schlag dich einfach und wir schau es trennen. Und du kommst wie so eine Kampfmaschine an, so. Du hast einfach. Eichelholzschild. Soll, ne? Hey, wieso kann ich das nicht herstellen? Die Schilder brauchen wir doch für den Keller, hast du gemeint, oder? Ich dropp die dauernd. Stell die mal irgendwo in den Keller, du kannst die ja dann noch umstellen. So wie du die brauchst, okay? Okay. Da kann man was draufschreiben? Ja, natürlich. Junge, ich höre deine Tastatur, Alter. Warte schon und fertig. Komm mal runter. Warte. Ich glaube, so sollte der werden, der Keller. Genau das war der Plan. Hallo. Ich warte im Keller auf dich. Warte. Ich warte im Keller auf dich, du geile Sau. Und? Geile. Oh, ey, du machst alles immer kaputt. Hier muss doch was hin. So? Guck mal. Ja? Ja? Ja. Hö? Ja. Hallo? Oh, das ist ja doof. Oh, man kann das sogar so machen. Hä? Oha. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja... Da oben kommt ein Brot rein. Gib mal... Egal. Scheiß drauf. Was? Jetzt hink mal Schilder hier ran. Hier außen. Na, die Truhe. Musst du sneaken für... Und was soll ich schon drauf? Also sneaken. Hä, wie meinst du? Locken und dann auf die Truhe. Ja. Und was soll da draufstehen? Mach mal da... Mach mal da Werkzeug drauf. Schreib mal da Werkzeug drauf. Da können wir ein ganzes Werkzeug von uns rein hier. Alter, ich fass es nicht, ey. Warte. Ist doch schon der Design hier, oder nicht? Werkzeug. Aha. Gib mir einfach die Schilder, ey. Echt? Ja, okay. Ui. So, das machen wir so. Digga, Alter. Was ist denn los, ey? Ich glaube, die ganze Folge besteht nur da raus. Da ist es hier... Da sich hier Schilder dranhängen und irgendwie benennen. Hier können wir Holz reinpacken. Ist das alles nur fertiges Essen, was du da reingetan hast? Nee, kann alles rein. Also alles essen. Ja, wobei das rohe Fleisch kann ich da... Was ist denn mit der Hasenfutter? Kann man die essen? Ach, nein. Wieso nicht? So, hier machen wir Kohle rein. Wo machen wir Rohkupfer rein? Irgend so. Ich brate mal das Fleisch und tu das dann da unten rein. Hier machen wir Eisen rein. Weil dann haben wir später den Anpack nicht, dass wir da noch was machen müssen. Oh, schon ein Steak gemacht. Geil. Geil. Mhm. Also, ähm... Hier kommen alles an Holz rein. Man kann wirklich keine Hasenfote essen, hä? Nein. Ey, du tust so, als ob das besonders wäre, hä? Ich hab mal als Zehner, wenn man Hasenfoten essen kann. Ja. Mhm. Mhm. Weiß ich. Ist Holz drin? Dein brauchen wir auch noch. Perfekte Scheiße nochmal. Ich würd dich gern essen. So ist es raus. Mach ich auch. Fick dir nachher den Vertrag rüber. Ne, du schickst mir den Vertrag. Ich unterzeichne dich und dann gebe ich dir alle Rechte von meinem Körper an dich einfach ab. Oh. Jetzt zitter ich am ganzen Körper. K-K-K-K-K-Körper. Alter Schwede, ey. K-K-K-K-Körper. K-Körper. Autsch. Ich hab nicht mein Essen dabei. Aber ich hab die Schilder gemacht, das ist auch gut. Das stimmt. Danke. Ey, wo hast du die Bilderrahmen hin? Gib mir die mal klar, die beiden. Arschloch. Hä, hab ich mich nicht hingelegt? Und meine Steinschwerter wieder auch. Ich hab keine Steinschwerter. Achso, die sind... Die hast du, glaube ich. Ne, die sind unten drin, in der Truhe. In der Truhe sind die? Ah, Werkzeug. Das ist aber kein Werkzeug, das ist ein Schwerter. Ach, Digga. Wenn du jetzt schon anfängst, die Falt einzusortieren, da... Ich doch überhaupt gar nicht. Wo kommen wir denn dann hin, mein Freund? Mein Freund und Kupferstecher. Also zähle ich da, wenn ich Kupferstecher bin, Alter. Mein Freund und Mösenstecher. Oh, das klingt schon besser. Wie ist es jetzt hier unten mit einem Dach, was wir eigentlich noch bauen wollten? Also mit einer Decke? Da kannst du dich mal was rumkümmern. Was hast du da schon wieder vor mit deinem scheiß Gemälderahmen da? Oder deinem... Boah, was siehst du denn das jetzt? Das hört man. Wie machen wir denn die Decke? Machen wir die auch steilen einfach? Ja, suchst du, suchst du jetzt aus, ne? So, jetzt habe ich... Ne, ich würde sagen Holzdecke. Jetzt gehe ich aber schon angeln. Schon auch angeln gehen. Ähm... Oh, ja, angeln. Das ist schön. Aber so ein Inventar wird schon schnell... Dreckig. Also du weißt bestimmt, was ich meine. Ja, na klar. Jetzt wird es sehr schnell vollgemüllt. So habe ich es auch gesagt. Zwischer steht man das. Ja, klar. Ja, klar. Apropos vollgemüllt. Bist du so jemand, der seine Wohnung vollmüllt, wenn er alleine ist? Ist ja ehrlich. Wenn man das so sehen möchte, dass man nicht meine Mutter dann auseinanderreißt, ja. Ach, du wohnst ja auch daheim, stimmt. Also dein Zimmer machst du immer sehr unordentlich, wenn du alleine daheim bist, oder was? Oder wenn du ein paar Wochen... Also du räumst nicht so gerne auf. Doch. Doch, ich liebe es aufzuräumen, macht voll Spaß, Alter. Sind wir auf meinem Tisch, den gerade... Joa, original gar nichts im Müll. Und auf dem hinten... Ja, gut, die fällt ja... Braucht nur noch eine Lampe. Wie baue ich die? Den Kronleuchter? An der Werkbahn? Die Lampe habe ich nur gefunden. Der musste ins Nether gehen, ins andere Universum. Hä, wo hast du die her? In der Mine gefunden, in der Truhe. Wann? Am Anfang. Ernsthaft? In so einem Minenschacht, ja. Kriegst du sonst nicht? Verarscht mich. Nein. Nein. Verarsch dich nicht. Pff. Shit. Du sprichst sowas, als wenn dir gerade die schlimmsten Dinge passieren. Oh, scheiße. Ist das auch echt? Pff. Karottenrute? Was bringt mir die Karottenrute? Nein, nein, nein. Hast du Fäden? Kannst du zum Schweinreiten denn? Ich habe Fäder, aber keine Fäden. Hast du, wo kriege ich Fäden her? Von der Spinne. Okay, hast du welche? Ich habe keine Spinnen, nein. Fäder, äh, 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 nein. Fäder wollte ich doch gar nicht. Das, was ich suche, hast du auch nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Netze hast du nicht. Nein. Womit hast du deine Angelegenheit gemacht? Du egoistisches Arschloch. Was? Du denkst immer nur an dich, gell? Du denkst immer nur an dich, also wirklich. Da ist doch eine Angel unten. Wo ist eine Angel? Ein Keller bei Werkzeugen. Das ist doch eine Angel für dich. Naja, ich weiß. Da habe ich mir ja meine auch reingelegt. Hä? Bei Werkzeugen? Ernsthaft jetzt? Ja, das ist eine Angel für dich. Hm. Hm. Ich habe sogar noch eine Angel im Inventar. Ich habe jetzt, naja, egal, reden wir nicht drüber. Unser Haus ist für real übel heftig auf, ne? Ähm, Kohle, Essen, Eisen, Holz. Wo machen, ich habe Stöcke, Stikis, Holzstöcke, Holzstöcke. 100 Stück, wo mache ich hier hin? Hallo? Das ist doch die Frage, perfekt. Was? Unser Haus sieht schon echt heftig aus, oder nicht? Ich muss gleich mal von außen gucken, ich glaube aber schon, ja. Ich finde es schon sehr schön, und du? Innen, da kommt gleich Teppich rein. Aber ich finde es auch innen schon voll schön. Ähm, ich mache das in irgendeine Kiste, die Stöcke, okay? Die Sticks. Über Holz bitte rein. Soll ich über Holz reinmachen? Ja, okay. Ist ja auch aus Holz. Ja, jetzt, wo du es sagst. Da gibt wenig Sinn, das bei Stein reinzupacken. Fischenholzbretter. Da kommt aber gleich noch Teppich rein in unser Haus. Eischelholz. Und Kambinen kommt auch noch rein. Ja. Ich habe Schwarzpulver übrigens. Ähm, ich habe noch. Jetzt wird's cool. Achtung, haltet fest. Wartspulver hast du? Ja. Alter, leg das Zeug beiseite, echt. Wieso? Das ist hochexplosiv, Alter. Aber da kann doch nichts passieren. Da kannst du TNT mitbauen und dann machst du richtig rum. Ja, würde ich ja auch bauen. Aber hast du einen Schaden oder was? Hä, wieso? Wenn du das im Haus platzierst. Dann kannst du die Hütte vergessen. Ja, ich würde auch kein TNT da bauen. Aber zu Hause. Also nicht zu Hause. Das ist woanders, meine ich. Ja, nicht unsere Hütte in die Luft. Nö, ne. Eischensetzling? Kann man einen Baum pflanzen? Ja. Wie geht das TNT? Der schwindet einfach an Land. Der ist jetzt gleich tot. Oh, der ist gestorben. Angelst du? Ja. Ich will auch angeln. Ja, komm, wir haben uns einen Anglersteg. Ich bin auf dem Weg. Haben wir einen Anglersteg? Den habe ich gerade gebaut. Boah, mein Inventar ist ganz leer. Das ist schön. Hä? Du bist nicht schon an unserem Haus, oder? Nein, auf unserem Anglersteg bin ich. Ja, was ist denn unser Anglersteg? Wir haben einen Anglersteg. Ach, er ist auf unserem Anglersteg. Sagt er es auch gleich. Ich habe noch nicht mal einen Bogen. Wie schnell du Sachen baust, gell? Ja, du hast so eine Truhe mit Essen drin. Der Fisch hat gesammelt schon. Der Kugelfisch, lecker. Dann guckst du immer von hier hinten an das Haus. Das ist voll geil. Das sieht heftig aus. Das sieht wirklich heftig aus. Ich meine, jetzt verpiss dich doch mal, du Mist. Wie keiner will dich, Alter. Die Angeln, die ich jetzt hier gerade habe, die habe ich übrigens geangelt. Die leuchtet ein bisschen. Oha. Hä? Du hast meinen Fisch eingesammelt. Das ist eh nur ein Kugelfisch. Aschlob. Äh, ich will hier auch angeln. Wie mache ich das? Du kannst ja auch Diasachen rausangeln und sowas. Echt? Ja. Oh. Du kannst auf einen Bogen mit... Was habe ich jetzt geangelt? Du kannst auf einen Bogen mit Stärke... Das ist nicht passiert. Was hast du denn geangelt? Einen Haken. Den wollte ich doch vorhin haben. Du kannst doch... Du kannst eben eine OP-Bögen angeln, ne? Dann angeln wir jetzt die nächsten zwei Stunden einfach, oder? Wenn du einen Bogen kriegst hier, dann hat er meistens irgendwas mit Stärke 3 oder sowas und dann macht er richtig Schaden, ey. Ey, das ist ja... Oh! 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 Oh ja! It's so good! Alter Schwede, ey, warte mal. Oh! Ja! Heißt es Angeln auf Englisch Engel? Hm? Was? Was ist das? Heißt es auf Englisch, Angel, Engel? Sag mal was. Hallo? Perfect. I'm Engel a Fish? Alter, du fängst einfach gerade an zu stöhnen, Alter. Ich hatte Lautsprecher an, wenn das zu meiner Mutter gehört hat. Wo hast du schon mal beim Wichsen erwischt? Beim Wichsen? Mhm. Ja. Echt? Mhm. Von wem? Mama. Oh. Das ist mit 15 oder so. Oh, also noch nicht lange her. Ja, vier Jahre, ne? Wie viel? Vier Jahre, ne? Wie war der Moment dann? Was hast du dann gesagt? Unangenehm. Was hast du gesagt? Oder gar nichts? Ich will nicht mehr auf dieses Thema eingehen. Ich will nicht mehr auf dieses Scheiß-Thema eingehen. Also ist das so ein Thema, wo so geschwiegen wurde bis heute? Wie war dein Tag heute? Mein Tag war gut. Ich habe den ganzen Tag noch Minecraft gespielt. Nein, das ist gelogen. Ich habe noch andere Dinge getan. Bei denen ich nicht erwischt wurde. So ein Arschloch, ne? Ich angel hier nur Kacke. Roher Lachs. Oh, ich habe Lachs geangelt. Du brauchst Geduld, mein Sohn. Ich habe so viel Geduld. Ich habe einfach mehr Geduld, als man eigentlich haben kann. Mann, ich angel nur Fische hier. Du Fisch. Ich angel halt wirklich auch nur Fische. Also, das ist meine Aufgabe. Wo hast du die her? Die war in meinem Inventar. Die hast du mir geklaut, Alter. Ey, du hast sogar zwei. Hä? Ja, eine war die, eine mir. Siehst du das da hinten? Guck mal. Guck mal am Berg, bitte. Hä? Pass auf. Leuchtet da was auf. Da, guck. Da. Ey, was ist das? Mach nochmal. Guck mal da hin. Guck mal da hin. Na, du kannst dich da jetzt nicht durchbuddeln, sag mal. Das ist auf der anderen Seite vom Berg. Hallo. Nein. Es ist nicht. Es ist da drin. Hä, es bewegt sich. Was ist das? Eine Hexe, glaube ich. Jetzt kommt es aber nicht mehr. Ist nicht mehr, oder? Doch. Ich bin da. Hast du was? Ich bin da. Ich glaube, das ist die Hexe da unten. Geh weg, geh weg da. Die wird vertränken nach dir. Au. Bleib bei der Hexe, bleib bei der Hexe. Die kommt. Achtung. Ich muss hier raus. Hilf mir doch mal. Du Wichser. Au. Ich habe Langsamkeit. Die hat mich mit meinem Trank erwischt. Jetzt komme ich raus. Wo ist denn die Leute jetzt überhaupt? Jetzt. Aua. 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 Einfach zumachen, dann ist das Problem erledigt. So viel Spaß. Wir angeln, wir angeln. Wir angeln, angeln, angeln. Die Hexe ist weg. Ich habe die besägt. Ich habe die geschlagen. Du Assi, Alter. Hey, wieso? Du baust mir den Weg zu. Wo die Hexe weg geht. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass du da wie so ein Dulli einfach... Au. Ich brauche keinen Steg. Ich brauche keinen. Ich brauche keinen Steg. Was ist da hinten eigentlich? Hä? Die Hexe hat dich jetzt verflucht, ne? Was höre ich hier? Ach, Hezi. Hm? Wo bist du? Die Hexe hat dich verflucht, die hat. Wo bist du? Bei meinem Haus. Ich höre komische Dinge. Du hörst die... Was für komische Geräusche dann? Au. Was machst du denn? Hm? Was machst du? Was hörst du denn? Wir können es nicht sagen. Komische Musik und ich kriege Damage. Komische Musik, Alter. Das ist nicht verhorchen, Alter. Was denn? Willst du mich vertrauen, oder? Hey, bisschen creepy Musik. Ich bin beim Haus hier. Ich habe Angst. Du bist nicht beim Haus. Ich war gerade beim Haus. Da hinten bist du ja. Hallo. Bitte helfen Sie mir. Ich bin verflucht. Hallo? Hallo? Was denn? Bitte helfen Sie mir. Ich bin verflucht. Hä? Nein, das ist einfach nur die ganz normale Musik. Aber sie war gerade in dem Moment ein bisschen creepy. Und dann habt ihr auch noch Schaden bekommen. Von irgendwo. Ich glaube, also du hast mich einfach irgendwas abgeworfen. Was ist in deinem Haus? Ich bin doch schon zu einem Haus gerannt. Okay, es war doch keine creepy Musik. Es war einfach nur ganz normale Musik. Wow. Wobei, die ist schon ein bisschen eigenartig. Jetzt weiß ich, was du meintest vorhin. Hast du dir das Essen hier in den Truhen gelassen, hier hinten? Muss man den Fisch kochen oder kann man den einfach so essen? Kochen. Auch, ne? Du bist ja eine Hexe. Du bist auch so eine Hexe. La 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 la! Bis zum nächsten Mal.